Wie lange war das? Sieben Minuten. Sieben Minuten? Wie machst du das bloß? Ich bin einfach gern im Wasser. Es gibt zwölf olympische Götter. Die großen drei sind die Brüder Zeus, Poseidon und Hades. Die Kinder dieser Götter waren halb Mensch, halb Gott. Ich spiele den Percy Jackson und der ist ein Halbgott. Percy Jackson? Wir müssen uns unterhalten. Irgendwer hat dem Zeus seine Waffe gestohlen, den Herrscherblitz. Und Percy wird verdächtigt. Wir müssen Zeus seinen Herrscherblitz zurückbringen, sonst gibt's einen Riesenkampf zwischen den Göttern. Ich spiele Annabeth. Sie ist auch eine Halbgöttin. Ihre Mutter ist Athene. Sie ist ziemlich tough. Ihre größte Stärke ist ihre Intelligenz und sie kann hervorragend kämpfen. Ich bin dein Beschützer. Warte mal, mein Beschützer? Grover beschützt Percy, seit der ein Kind war. Der würde von nix halt machen, dass mit Percy alles okay ist. Percy Jackson ist ein ganz normaler Teenager, der irgendwie in so eine unglaubliche Geschichte reingerät. Fühlst du dich wie ein Held? Ich bin kein Held. Nimm das, um dich zu verteidigen. Das ist eine nützliche Waffe. Das ist ein Stift. Benutze ihn nur in Momenten größter Gefahr. Das ist ein Stift. Rück drauf. Wow. Die Story ist total aufregend. Im Film gibt's echt coole Figuren. Die Minotaurus, die Hydra, Medusa. Das ist unglaublich. Verrückt. Du bist kein Sohn von Poseidon. Finden wir es raus. Das ist 떡 getötet. Das ist unglaublich. Untertitelung des ZDF, 2020